Ho, ho, ho! Herzlich Willkommen bei 1899 TV. Wir haben uns für unsere Fans etwas ganz Besonderes einfüllen lassen. Das vergangene Jahr war ereignisreich. Spannend, erfreulich, lehrreich zugleich. Im Mai am Höhepunkt angekommen. Hatten wir mit dem Spiel gegen Köln endlich und endgültig die Spitze erklommen. Die erste Bundesliga war lange unser Ziel. Die Euphorie, die der Aufstieg mit sich brachte, hielt lange und gefiel. Mit Vorfreude kamen wir in der ersten Liga an. Wir landeten hart, das Tempo zog an, aber wir bleiben dran. Um erstklassig zu bleiben, werden wir alles tun und möchten uns bedanken nun. Danke an alle für die tolle Unterstützung im vergangenen Jahr. Die mit uns gefeiert, gelitten und sich gefreut haben. Einfach wunderbar. Fernreisen nach Wolfsburg, Leverkusen oder Frankfurt, einfach top. Und immer eine super tolle Kulisse im Stadion von Dietmar Hopp. Und das war nichts. Wir wünschen allen eine ruhige und erholsame Winterpause, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Das war nichts. Warum nicht? Schon wieder tun. Ich glaube, das hat sich gar nicht schlecht erwidert. Ja, das war ganz gut.